Also in Salem hier wird Halloween gefeiert, sehr opulent und die ganze Stadt und die Gegend steht hier Kopf. Und das ist auch mit das Thema unseres Stückes, dass ich total gegen Halloween bin und das ganz furchtbar finde. Aber Sie werden in dem Film natürlich erleben, was für Zaubereien und Hexen da hier durch die Gegend laufen. Also, ich bin gespannt.